Musik Herzlich Willkommen zu unserem Blog Musik bewegt jeden unter dem Motto Wo man singt, da lass dich Lieder, böse Menschen haben keine Lieder, das kennen auch unsere Senioren. Beginnen möchte ich mit einem Volkslied, das unheimlich viel Spaß macht und das unsere Senioren mit Sicherheit kennen. Du, du, liegst mir im Herzen. Du, du, liegst mir im Herzen. Du, du, liegst mir im Sinn. Du, du, liegst mir im Herzen. Weißt nicht, wie gut ich dir bin. Ja, 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 weißt nicht, wie gut ich dir bin. So, so wie ich dich liebe, so, so liebe auch mich. Die, die zerrissen Triebe fühl ich allein nur für dich. Ja, 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 fühl ich allein nur für dich. Doch, doch, darf ich dir trauen, dir, dir mit leichtem Sinn. Du, 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 kannst auf mich bauen. Weißt ja, wie gut ich dir bin. Ja, 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 weißt ja, wie gut ich dir bin. Und, 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 wenn in der Ferne mir, mir dein Herz erscheint, dann, dann wünsch ich so gerne, dass uns die Liebe vereint. Ja, 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 lass uns die Liebe vereint. Ja, ich stelle Ihnen in den nächsten Wochen auch den Link zu den Texten zur Verfügung. Es sind alles Volkslieder, die GEMA-rechtlich unbedenklich sind. Müssen wir natürlich auch darauf achten. Und viele Lieder, die ich in den nächsten Wochen spielen werde, sind auf unseren CDs vorhanden, und zwar den guten Liedern 1 und 2. Und da macht es einfach Spaß. Sie sind seniorengerecht vorbereitet, von der Tonhöhe nicht zu hoch, etwas langsamer gespielt, so wie jetzt auch dieses Du, Du liegst mit dem Herzen. Da hat man Spaß. Da können Sie jederzeit Ihre eigene Singstunde gestalten, ohne selbst singen zu müssen oder singen können zu müssen. Viel Spaß. Bis zur nächsten Woche. Ich freue mich auf Sie. Bis dann, euer Ralf Glück.